Nach sieben Meter. Oh, oh. Grüß dich. Das ist auch dabei geil. Genau, zum Abbau. Genau. Wir sind ja gerade mitte drinnen. Wir sind ja gerade im Rennen vermessen zu messen. Wir sind ja heute Nacht um 3 Uhr daheim gekommen. Heute Morgen um 8 Uhr schon wieder beim Lager. Umladen. Wir sind schwarzen gerade. Ja, aber jetzt ist die Messezeit. Ja, das muss man halt. Das muss man halt auslösen. Ja, aber für die Messe. Ja, und in der Rägerzeit auch noch. Ja, also gerade. Er hat gesagt, ich helfe euch heute. Heute mal ausnahmsweise dürfen. Nur mal ein bisschen lachen. die Messezeit. Und da muss man auf pluss und locomotivieren. Die Messezeit. Jetzt müssen wir中ens mit dem Gelderland kommen. Ja, jetzt in 10 Minuten. Die Messezeit. Sie müssen jetzt nicht unterbrechen. Guck mal. ...einfach so, okay. Ach, das ist doch so. Wir sind ja selbst nicht mehr in der Wohnung. Ja, ja, da ist ja auch eine gute Sache. Ja, das Ergebnis ist es. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, aus Plaste noch, ja, ja, und mit Irisch Moos, oder diese, ja. Ja, 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 ja. Hast du ja nichts anderes gehabt, nichts anderes gekannt? Ganz schöner Racken. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Das ist genau das, was? Ja, das ist genau das. Das ist die Straße. Auto und Radfahrer. Da kommt einer aus der Kunde, der wieder weiterentwickelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020